Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, warum ist Johnny eigentlich so bekloppt? Mono Warfare Style. Oh ne Jay, bitte. Ich will dich nicht mit dem Wichser. Das ist natürlich schade. Aber ich schaff das schon mit einem Eis in der Hand. Oh ne Spass. Oh ne Spass. Was ich überhaupt nicht mehr kann ey. Ich mach am Arsch. Weißt du, die ganze Zeit guckst du da hin und dann kommt der Wichser da raus. In der Ecke des Stray F3 Headshots dabei hab ich gehört. Alter das ist echt nicht so leicht. BASD ohne Daumen zu spielen. Und ohne springen. Also ich kann nicht springen. Oh Gott. Alter so ein Eis. Jetzt zwischen Daumen und Zeige. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Komm, komm mal. Oh man, warum ey. Warum, warum. Ja Jay ist auch einer der wenigen, der ständig während der Aufnahme Sessions halt essen muss. Obwohl er vorherr ist. Ich hab gesagt, ich rück den Eis. Ja dann ess doch eins vor der Aufnahme Session oder nach. Ja dann kannst du noch mal 5 Minuten deinen Arsch chillen ey. Ne. Tut mir leid. Der muss immer penetriert werden. Ja dann penetrier doch deinen Arsch. Und mir ist scheißegal. Oh oh oh. Du hast grad deinen Schmur selber Arsch spiel. Du schießt aber auch so schlecht einfach nur. Ja. Der ist auf dem Grund. Heute ist halt einfach mega scheiße. Musst mir kurz tatsächlich die Bombe zurückholen. Du bist auf dich allein gestellt. Wir haben die Bombe. Wir haben die Bombe. Wir haben die Bombe, Mama. Warte. Mein Daumen fängt schon an zu zucken. Das geht mir voll auf die Eier. Da bin ich mir keiner Schuld bewusst. Hm. Ich seh leider nix. Ziele aufgeschaltet. Komm. Komm mal. Clown Haus. Ja. So habe ich die nicht schnell genug gesehen. Ändert aber auch nix ob ich ein Eis in der Fresse habe oder wie. Oh Gott. Ich seh schon die Runde kann. Ach komm ich spiel irgendeine Mongo Klasse ey. Na klar mach ich auch. Was ist denn so ein Mongo im Team hast der so ein scheiß Eis essen muss? Ich hab 50 Punkte mehr. Was willst du eigentlich von mir? Das war so klar. Und das jetzt kommt Hadi. Dann hättest du echt nur sagen du fragst ihn dir vor dem bist. Was ist denn. Ich bin der so ein Scheiß hier. Waaat? Jay steht an der Rakete und snipe er. Nuhm. Wie sehen Sie? Das ist Hadi. Das ist Hadi. Ok. Ne ich snipe er nicht. Das Wort finde ich voll scheiß. Das ist tot. Wird ja sein können. Von der Achterbahn auf die Rakete. Nee, Peter, das hätt's ja wohl gerne gehabt. Alter, das ist... Mmh! Klauenhaus runtergesprungen am Sporn. Das war ein richtig schöner Kill, muss man sagen. Ja, und da kann ich leider auch nichts zu ihm machen. Oh, Hadi bewegst mich die Büsche, alles klar. Da beweg ich mich dann durch die Büsche, Alter. Was hast du denn geraucht, ey? Ein Eichhörnchen hat er gesehen oder so, oder ne Ratte. Wie ne Verlassen-Karneval-Dings. Wahrscheinlich... So, wo ist er denn? Alternativ könnte ne Sackrate durch Brams Schamhaare geruscht sein, was er gesagt hat. Ja, stimmt, gegen deine Körperbewahrung kann ich nix tun. Ich bin froh, dass ich überhaupt welche habe, wie gesagt, zu dir. Wenn nicht so Busch-mäßig von mir her wachsen... Ja, den hast du aber ganz schön versaut, Bram. Den hast du ganz schön versaut. Ja, da hat Bram ein bisschen lange für gebraucht, ne? Ja, vor allem hat er auch gesagt, dass ich weniger Behaarung habe als er. Langweil mich, langweil mich, langweil mich. Ne, ist gut, in der Zeit kann man ein Alts-Essen. Du klingst wie so'n Spack-Weifer nur, wenn du ein Alts-Essen hast. Wolle! O Gott, Bram! Nee, das sah nur so aus. NEIN! WOOOOO! Wieso bin ich mit Hadi in meinem Team? Weil er gut ist. Weil der Hadi einfach geil ist. Deswegen bin ich mit ihm in deinem Team. Ja, wo mein'n jetzt? Planten. Nein, das gibt's nicht planten! Dich multimessern. Dich positiv töten. Na, der hat den Schatten. Der hat mich nicht gesehen. So, Hadi, da du dich jetzt anstrengst, schränke ich mich jetzt auch an, okay? Okay. Alter, du nimmst gerade auch ein Mikrofon in den Mund, oder was? Ja, ich hab' das gerade weggeschubst mit der Nase. Mit dem Näschen? Ja. Mit dem süßen Michael Jackson Stubs-Näschen? Einer über Achterborn. Wahrscheinlich ist er ohne Ausfall. Das darf nicht wahr sein, ey. Wohin, du hast nicht mal getroffen, ist der nicht bewusst? Gibt's ja gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Ladeine? Ne. Die wäre ja, welcher tot? Hä, wieso? Ja, wenn das seine gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich tot. Die Bombe wurde platziert! Ich glaub A. Ich glaub A. Meinst du? Ich glaub A. Ich glaub nicht. Im Karussell ist die Nutte gelaufen. Deine Mutter. Ist der das? Jupp. Oh ja, ist der. Hä? Ach, nein. Das ist leider. Aha, sorry. Wusste nicht. Aber wie der mich nicht gesehen hab, wo ich quasi neben ihm stand. Da steht Peter und ich bin durch die Tür gelaufen. Gut gemacht Team. Bereit machen Sie die nächste Runde. Na wo Welcome To? Wer hat mich denn getötet? Ich? Ram? Du hast doch nicht die Fenster geschossen. Ach Quatsch. Ich bin durch die Welcome To Tür gekommen. laber keinen aber bei b ist einer drauf alter der schießt ganz schön hart auf mich alter die schießen beide ganz schön hart auf mich war die gut alter das ist ja wohl ein scherz wirklich aber mein headshot rein das war fast knapp wer machte jetzt bestimmte camper denn wahrscheinlich natürlich mache ich das vielleicht lag ich auch ein last center also was benutzen wir eigentlich für eine klasse was spiel ich für eine klasse mann ich habe halt bock auf die wacht deswegen das hatte ich schon die ganze zeit oder so und habe gewartet ich habe den gehört was willst du eigentlich von mir du hast nicht mal ninja pro drauf du mongokind was hat irgend so eine affen klasse gespielt haben was oder so eine scheiße was du da hast alter ohne scheiß hardy manchmal hat mir das spiel gerade angezeigt einfach manchmal bist du einfach nur hirn tot einer ist überall hinten karussell äh ne lava achterbahn mein gott da kommt einer von dem von den häusern auch von den von den von der achterbahn aus einer von euch kommt auch von der achterbahn aus ja der ist ein klauen haus vornamen eingang man am eingang man ja du musst in alle richtungen ja du weißt dass ich da bin warum kommst du dann dahin das war die antwort einmal schnippen ja machst du nix dann machst du nix ne machst du einfach nix nein, hrdi und ich sind heute richtig scheiße hm oh 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 gott sei dank hrdi danke wenn du um die warwand rumgelaufen bist hahaha hast du mich mitgetötet hm, hatte ich ja nochmal glück oah wusstest du doch ich komm der ist bei der burg gewesen mhm möglich schnuckiii die bombe wurde platziert lol wusstest du dass das geht hrdi hab ich jetzt nicht lol schade lol da lege ich es bei mir nicht jetzt hast mein kopf aber geht noch gel da liegt keine clay vielleicht liegt es ja woanders haha ich hocke keine das traurigste ist das jahre mit dem eis gegessen 3,5 mal sich verpunktet wie hrdi da keins gegessen hat hm hm ich glaub das zackt hrdi richtig an aber ich kann das verstehen weißt du es ist auch echt nett ätzend mit mir oh gott geklittet alter oh schießt du da auf mich boah das wird nichts b intr du bist als einzige übrig wir haben die bombe Bapipu. 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 Was willst du tun? Bipup. Bapipup. Bipup. Hast du nicht gehört, ne? What, what willst du tun? Tun. What, what, what willst du tun? Komm, äh, Meister Hadi, wo soll ich hin? Hm? Keine Ahnung. Da lang. Da lang. Hadi, du bist doch so gut. What willst du tun? Warum muss ich denn mit Hadi zusammenspielen, der so eine negative Einstellung hat? Nur weil ich mit ihm im Team bin. Ja, das Gefühl kenne ich, Jay. Nur nicht mit Hadi. Ich kann das nicht nachvollziehen, Jay. Ich bin halt echt schade, dass ich mich... Ja, ich verstehe das auch nicht. Peter, mit der letzten... Ne, letztes Mal war ich, glaube ich, nicht so gut. Feindlich zu Peter, als mit dem zusammen im Team. Aber heute waren wir noch nicht im Team, ne? Ne, ich glaube nicht. Ist echt schade. Ich wäre voll gerne mit Peter im Team. Du bist voll gerne mit Peter im Team? Ja, im Team. Oh ja. Ich wäre auch gerne mit Jay im Team. Erstmal würde ich Peters Schaft rasieren. Oh mein Gott. Alter. Da würde ich ihn genüsslich mit... Ich glaube, ich würde Massageöl nehmen und dann, äh, das in meine Hände zampeln. Boah, ich würde es nicht hören. Nein. Boah, scheiße, ich werde schon ganz hart, Jay. Hör auf damit. Ich würde das zart... Sehr zart und... Boah, jetzt halt deinen Maul, ey. ...zerreiben. Boah, Gott, ey, oh. Und dann würde ich... Oh, du musst mal eben kurz nen Pick-up holen. Pfff... Wirst du erst nen Pick-up essen? Gibt es ein lauteres Lebensmittel? Kein Eis zumindest. Also, ich würde den dann auf jeden Fall zerreiben. Schau, ich hab's versaut. Naja, so. Da hab ich nicht. Oho. Na, ma, ja, gar nicht. Du hast mal los. Also, jetzt, um doch mal auszubringen. Also, ich würde den dann quasi wie so ein, wie nennt man das, wie so ein Stab, weiß wie so ein Schwert, als ich ein Schwert halten würde, ja. Müsst ihr euch vorstellen, so mit beiden Händen, wie so ein Biahänder würde ich Peters, äh, dann mit meinen eingeölten Händen umarmen, seinen, seinen Schwanz, seinen, seinen Schaft, ja, du hast so ein richtig krasses Bastardschwert, und dann würde ich einfach nur so Pumpbewegung von oben nach unten machen, die ganze Zeit. Oh, da ist das. Ich würde mal nur so behindert sein, Alter, ich würde mal so grenzdebil, ey. So Pumpbewegungen machen, ja. Weißt du, wenn du so, weil, ja genau, so würde ich das machen. Immer so in einer Fahrradpumpe musst du das machen. Genau, weißt du, als wenn man sich da drauf, ja genau, ungefähr so. Und wenn Peter dann lieb ist, ne, das tue ich da noch nicht. Ne, so intim bin ich noch nicht mehr, Peter. Ne, ne. Achso, meinst du, boah, Alter, ich bin so schlecht, weil das ist der Hammer. Alter. Da kann ich mal, als hätte ich doch immerhin bei sich am Karussell, aber bei sich ansehen. Ja, ich habe gerade noch an Peter geträumt. Du musst mal eben kurz mein Pickup aufmachen, ja. Lass an Peter geträumt? Oh mein Gott, Hardy, ey, allein das ist schon so unfassbar laut. Dann pack er wenigstens ganz aus. Oh mein Gott, da war deine Ecke gerade erst gesehen. Oh mein Gott, da war deine Ecke gerade erst gesehen. Ey, Hardy. Alter, streichelst du das jetzt mit deinen Zähnen, oder was? Hardy? Ja, aber ich spiele den Kriegs mit meiner Zunge. Achso, sind wir eigentlich bei GaylordTV, oder? Red, Red, Red Tube. Red Tube sind wir jetzt. Ähm, ne. Okay. Ich habe eine 1,5 Kilo Packung Pickup mit, äh, aus Bruch Pickups. Bei mir. Da könnte ich Hardy ein bisschen neidisch machen. Ich habe meins auch, ne, ich habe meine auch aus dem Balzenhaus geholt und meine sind alle ganz. Ja, aber du hast halt kein Bruch Pickup. Ja, aber du hast bestimmt keine 1,5 Kilo Packung Pickup. Ne, die habe ich nicht. Nein. Da gab es so einen riesigen Beutel. Oh, oh. Oh, Karussell. Sporn bei uns jetzt. Moment, ich bin der Letzte. Nein, bist du nicht. Was kann ich dich machen zu? Der Sporn ist Richtung Karussell. Was denn? Hab ich dann nicht liegen sehen? Oh, oh. Bei der Hand zuckt. Uncool. Alter, hab ich mich erschocken, ey. Aber es ist noch nicht vorbei. Hab man nicht gesehen. Ah, ich war gerade zu einer Camper-Pose, weil der doch die geile Bombe dabei hat. Wer jetzt nicht unter die Rakete legen soll. Naja, ich habe da auf jeden Fall hingeschockt, das ist viel zu offensichtlich. Hä? Das Ziel verteidigen. Werden es nie erfahren. Achtung! Feindliche Vorräte! Da war ich, wenn es der Zugzwang hatte. Ich müsste nach vorne rennen. Ach, Peter. Alter! War doch nur Munition drin, du Spastiker. Ach, Peter. Was denn? 6, 7. Ah, ist nicht so gut. Das stimmt. Noch besser als 6, 9. Ja, das stimmt. Aber es ist auch Peter und nicht Dennis Hardwig. Suchen und zerstören. Ach, Dennis Hardwig. Nach der 6, 9. Geheiligsten. Boah, ich hab wohl den krassen Gruppreflex gerade. Lass alles raus. Ne, lieber nicht. Achtung! Feindliche Aufklärung ohne Gesicht. Kontern ohne in der Luft. Die sind blind. Das ist kein Problem. Ich hab das schon ausgemacht. Umsatz bereit. Das ist jetzt aber uncool. Aufklärungsdrohne online. Gut. Die Drohne ist weg. Wo sind die Arschgrabscher denn? Die Drohne ist von denen weg. Naja. Nur die Konterdrohne. Oh, ne. Ne. Neben der Kanone war einer. Ach so, neben der Rakete. Rote Rakete. Rote Rakete. Rote Rakete. Schöö. Boah, C. Datt war so richtig abgefuckt. Nubi, schau ungescheiß. Tut mir leid. Ich versuch halt, das beste raus zu machen. Ja, aber ich bin halt grade nicht besser. Ist echt schade. So mungemäßig schießen, eb. Weißt du? 6-10 und die größten Fresse auf dem Planeten. Nein, du Wichser! 6-11, wollte ich natürlich sagen und die größte Fresse auf dem Planeten. Deine Mutter hat die größte Fresse, weil die auch, weil die brauch für meinen dicken Schwanz. Boah, Hadi, du bist so scheiße, jetzt gib doch mal endlich Gas, ey, ohne Mist. Tut mir leid, heute ist nicht mein Tag. Du bist scheiße. Überlebt mal eben so lange, bis ich mir was zu trinken wollte. Halt die Fresse, nein, tue ich nicht, ich steppe. Die Bombe wurde platziert! Okay, mach mal drauf, die ganze Rotze. Ej, freundlich sein ist anstrengend, ne? Gut gemacht, Team! Mit dir in einem Team zu sein ist anstrengend. Alter, Bram, 1220 Punkte, nicht schlecht. Ja, das ist mehr als der beide zusammen hat. Suchen und zerkören. Weißt du, Hadi ist nett, erstmal in die Fresse. Was? Ich wollte einfach nur auf einen Faktum hinweisen. Ob das funktioniert? Tatsächlich. Aber in der Mitte. Boah, wieso stirbt der denn nicht? Na ja, weil da vielleicht diesmal ein anderer Eis auf Ebene geschossen hast. LOL! Und ich dachte, da kommt jetzt einer von hinten, ey. Hätte lieber mal ein Semtex Kill gezeigt. Samtex Kill-Mama, ich bin behindert. Ja, ich weiß, dass du behindert bist, dann ist hartlich. Guck mal da, du drehst dich ja nicht mal um. Boah, Junge, ich bin so richtig in Troll-Laune gerade, weil ich so schlecht bin, ey. Es ist mir dann alles voll scheißegal, ohne Spaß. Was machst du da, Jay? Wieso bleibst du da? Ey, ich kill dich doch nicht. Bist du behindert? Da hast du aber geschluckt. Das ist doch ein Scherz! Scheiße. Total. Da hab ich nicht gut geschossen. Wo war der? Das ist ich noch am Spawn. Du bist als Einziger übrig. Das war jetzt aber auch mal wieder Timing on the row, ohne Scheiß. Oh! Oh, das ist Spaß! Eigentlich kann ich das nur verlieren. Wenn ich nämlich, wenn ich jetzt den Kill, dann sagt er, ist klar, in der Situation hätte ich sie schürten müssen. Wenn ich jetzt daneben schieße. Oh, Bram, ey, ohne Scheiß. Genau, dann heißt es nämlich Oh, Bram, ey, ohne Scheiß. Das war echt ne Scheiß-Situation für mich. Jay, ich finde, du könntest dich mal ein bisschen mehr anstrengen. Boah, ich hab voll überhaupt Snickers. Geht noch ein paar Pick-Ups hier. Ne, ich will auch kein Snickers. Ich will kein Pick-Up. Ich will Snickers. Ich will kein Snickers. Also, Jay, die Bombe plantet sich nicht von selbst. Ich muss die ja erstmal holen, weil das viel ätzend ist. Oh, ja. Ja, ich hab die ja dann als mich Behinderten stille fallen lassen, ne? Nein. Aber du Spacke musst ja auch trollen, den Behinderten. Echt mal. Oh, den hab ich nicht versehen. Der hat sich die ganze Zeit bewacht, der kleine Bombe. Der hat sich runtergegangen. Ja, echt mal. Das ist doch die ganze Zeit. Alter, das kann ich nicht wahr sein. Alter, was war das denn für eine Scheiße, die Nate? Von wem war die denn? Von mir, aber die hat dich ja nicht getötet. Boah, da hab ich ein Geschenk bekommen, ey. Ah, ist verloren. Boah! Ja, Hadi, jetzt hast du ja die neue Waffe besorgt. Ja, fühlst dich jetzt als ganz großer. Ja, okay, Junge. Weiter, Peter. Ohne Spaß. Wie kurz war die denn bitte? Ja, die denkt noch gerade an meine Ölgeschichte. Nice, Peter. Die Center geflogen. Ja, der ist ein wichtiger König, ey. Ja, ja, der ist ein wichtiger König, ey. Ja, der ist ein wichtiger König, ey. Warte mal. Waaaah! Nee! Alter, war das Snubig, ey. Boah, das schlägt einfach. Das kann ich nicht mehr. Das kann ich mehr. Boah, bei mir ist heute Hopf und Malz verloren, ey. Wie heißt das? Kraut und Malz, ey. Grau und Rüben verloren, ne. Alter, was hat man unmöglich, dich zu treffen. Aber du schießt gegen die Wand. Gegen die Wand. Du kackst total witzig dabei und schreit zu kass. Ja, ich war halt Maximum verliert. Was ist das denn da? Alter. War nur ein bisschen lustig. Alter, was war das denn? Das habe ich nicht mal kommen sehen. Das war ein netter Tod. Hab es wenigstens nicht kommen sehen. Musst du nicht so rumschreiben. Ja, ich war mehr geschockt jetzt gerade. Ja, Apfelschorle. So ist das. Dr. Pepper. Relentless. Bucca-Cola. Leute, da ist der Bram, ey. Ich raste aus. Ja, boah. Bellass. Wo warst du dir jetzt wieder? LOL, ich hab den gefilzt. Ich war ein Karussell. Kann wohl nicht wahr sein, ey. Ich kann gerade am Plan sehen. LOL. Alter, Jay. War der da die ganze Zeit, ey? Jetzt kommt wieder das absaufende Auto zuvor. Ich war schon in den Bram. Ich war nur unser Wittmann. Ich bin besser als die beiden. Ja. Das ist nützlich. War sich sogar zusammengerechnet besser. Wir haben die Bombe. Ach, die war scheiße geworfen. Ja, die war echt scheiße geworfen. Die war echt nicht so mega bonus. Die war auch scheiße. Guck mal, wo die da, mein. Oh, die Mongos. Hau sie weg. Ja, sehr schön. Das war die Konterdrohne. Ach, scheiße. Das war die andere Drohne. Das war A. So, wie machen wir das denn jetzt, Jay? Einfach drauf los, halt. Alter. Die Net hätte mich fast gefickt. Ohne Spaß. Ich opfer mich. Okay, ich auch. Ja, der ist da in dem Eiswagen links da drin. Ja, der weiß, Jay. Nice, Jay. Nice, Jay. Jay hat das Ding an den Finsterrahmen geworfen. Nice, Jay. Nice, Jay. Ich hab so schlecht geschworfen. Geschworfen. Ich war so schlecht. Es ist halt traurig, dass ich mit 9.14 zweitbester bin. Ich find das echt erstaunlich, ja. Muss ich auch sagen. Ja, das ist echt traurig. Peter zurück. Also, einen mach ich noch. Ja, ich auch. Ich will halt wenigstens heute einmal gewinnen. Hast du da. Vielen Dank für's Zuschauen.